So sollten seine Bäume eigentlich nicht aussehen. Doch seit 2015 kommen die Wisente bis in sein Waldgebiet in Kirchhundem und fressen die Rinde der Buchen ab. Ärgerlich, weil seit 20 Jahren versucht die Familie von Lukas von Fürstenberg, ihren Buchenbestand eigentlich zu erweitern. Und dann kommen die Wisente und machen quasi diese ganzen Bemühungen wieder kaputt. Das ist sehr frustrierend. Das Projekt Wisentwildnis hat die ersten acht Tiere 2013 im Rothaargebirge im Sauerland ausgewildert. Doch die Tiere laufen bis in die angrenzenden Gebiete. In den Sommermonaten muss der Waldbauer täglich eine Herde von rund 20 Wisenten vertreiben. Hier sieht man ja im Prinzip sogar noch die Zahnabdrücke, wie die Wisente hier reingreifen, dann das in einem großen Flatschen runterziehen. Das ist jetzt schon eine relativ große Schadstelle. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass hier auf Dauer Pilze eindringen werden. Die Bäume sterben ab, das Holz kann nicht mehr weiterverarbeitet werden. Obwohl Geld und Zeit eigentlich fehlen, hat Lukas von Fürstenberg um seine gesündesten Buchen Zäune aufgestellt. Da geht die Rinde leicht ab, also fressen die Wisente diese zuerst. Das sind natürlich genau die Bäume, die für uns die wertvollsten sind. Das sieht natürlich nicht schön aus. Plastik im Wald will man eigentlich nicht unbedingt haben. Aber es ist für uns jetzt die einzige Möglichkeit, zumindest einen Teil zu bewahren. Rund 1400 seiner Buchen sind schon kaputt gefressen. Der 34-Jährige fühlt sich hilflos. Er will, dass die Wisente großflächig eingezäunt werden. Der Bundesgerichtshof hat jetzt aber noch keine Entscheidung gefällt. Bis zu einer Entscheidung können die Wisente erstmal weiter an den Buchen des Sauerländers herumknabbern.